Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kunst- und Textilinteressierte, ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Vortrag im Rahmen unserer Vortragsreihe Donnerstagabend im Kunsthistorischen Museum. Mein Name ist Katja Schmitz von Ledebohr, ich bin interimistische Direktorin der Kunstkammer und Schatzkammer und zeichne kuratorisch verantwortlich für die Krönungsgewänder der Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, die wir hier in der Wiener Schatzkammer verwahren und vor diesem Hintergrund ist es mir natürlich eine ganz besondere Freude, dass ich heute Frau Carola Marie Schmid bei uns begrüßen darf und auf ihren Vortrag vorbereiten darf. Frau Carola Marie Schmid hat Kunstgeschichte hier an der Universität in Wien studiert und eine Diplomarbeit verfasst zum Thema der Dom von Arezzo, vergessene Architekturkonzeption in der Toskana. Sie hat in diesem Zusammenhang nicht nur Studienaufenthalte natürlich in Italien absolviert, sondern auch an der Jagiellonen-Universität in Krakau sowie am Courthard Institute of Art in London. Ihre berufliche Laufbahn hat Frau Schmid als Kunstvermittlerin an der Albertina Wien sowie Domquartier in Salzburg begonnen. Von 2013 bis 2018 war sie Geschäftsführerin des Kulturvereins Blaues Fenster in Wagrein und während dieser Zeit hat sie zudem für das Bergbau- und Gotikmuseum Leogang die Sonderausstellung von St. Leonhard bis Maria Lichtmess kuratiert. Aus der Reihe ihrer Ausstellungen möchte ich zudem die Landesausstellung Stille Nacht im Stille-Nacht-Museum im Pflegerschlüssel erwähnen und unerwähnt sollte auch nicht bleiben, dass Frau Schmid zu diesen Ausstellungsprojekten auch einschlägige Publikationen vorgelegt hat. Seit 2021 ist sie nun Leiterin des Diözesanmuseums in Bamberg, zu dessen Beständen die populären Kaisergewänder des Bamberger Domschatzes gehören. Im Rahmen des DFG-Forschungsprojektes Kaisergewänder im Wandel, goldgestickte Vergangenheitsinszenierung sind diese Textilien in den vergangenen Jahren nicht nur textilhistorisch untersucht, sondern auch kunsthistorisch hinterfragt worden. An den Ergebnissen dieser Untersuchungen, die teilweise auch schon publiziert sind, wird Frau Schmid uns nun teilhaben lassen und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag und darf Sie ans Rednerpult bitten. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass Sie trotz der lauen Wärme draußen heute bei mir in diesen Saal kommen. Die Kaisergewänder werden in Franken immer ganz gern als die Kaisermäntel bezeichnet. Also das ist jetzt auch natürlich kein Thema, das so per se in den Sommer passt, ein Mantel. Aber es zeigt auch eine Schwierigkeit, denn diese Gewänder sind sehr groß und eine der Lieblingsfragen aller unserer Besucher ist, wie schwer sind denn diese Textilien? Das hat viel mit der jetzigen Konzeption zu tun, die so ausschaut. Die sechs Prachtgewänder befinden sich im Steinsaal des Kapitelhauses, in dem bis heute das Domkapitel von Bamberg tagt und sind sehr gleichwertig präsentiert. Allerdings hat jedes dieser sechs Gewänder eine eigene Geschichte, eine eigene Bestimmung, eine eigene Funktion und, das ist ganz wichtig, auch eine eigene Legendenbildung. Denn das Objekt, das heute das Wichtigste ist, das jeder kennt, das immer thematisiert wird, war lange Zeit nicht Teil der Kaisergewänder und war nicht in Verbindung mit Heinrich II. gebracht. Diese Objekte sind eben dementsprechend auch immer so ein bisschen mit Geschichte zu hinterfüttern. Deswegen möchte ich einen kurzen Exkurs zuvor in die Geschichte stellen, historisches. Da muss man sich bewusst machen, dass Kaiser Heinrich II. 1014 in Rom gekrönt wird durch Papst Benedikt VIII. Und eben dieser Papst ist dann 1020 in Bamberg zugegen. Warum ich Ihnen das jetzt schon sage, man muss die politischen Verständnisse dieser Zeit ein bisschen verstehen, warum das ein oder andere Gewand mehr gewichtet wurde, warum es spektakulärer bewertet worden ist. Die Dokumentenlage zu den Textilien ist erstaunlich gut, was mit der Heiltumsweisung zu tun hat. Diese Heiltumsweisung war in Bamberg, wie sie heute auch in anderen deutschen Diözesen noch praktiziert wird, für Jahrhunderte ein fixer Bestandteil. Sie müssen sich das vorstellen, man hat eben die Textilien und den Schatz des Doms hinaus auf den Domplatz getragen, in einer Prozession und so quasi das Volk teilhaben lassen an dem Geschehen, an den Wundern, die mit diesen Objekten in Verbindung gebracht worden sind. Dass das Buch, das Heiltumsbuch, das Sie jetzt hier sehen, aus dem Jahr 1508 nicht mehr in Bamberg ist, hat mit der Säkularisierung zu tun. Es wurde damals Besitz des Freistaats Bayerns und in der Folge auf den Kunstmarkt gekommen und eben nach London verkauft, wo es jetzt Teil der Sammlung der British Library ist. Jetzt habe ich schon gesehen, Sie zeigen Emotion und schütteln den Kopf. Ja, was glauben Sie, wie gern wir dieses Stück bei uns hätten und das war einer der Erfolge des DFG-Forschungsprojekts, dass eben die Resonanz auf diese Ergebnisse so groß war, dass wie die Ausstellung konzipiert worden ist. Die British Library sich bereit erklärt hat, das Stück an uns zu verleihen. Ursprünglich war die Leihdauer begrenzt mit sechs Monaten. Corona hat dazu geführt, dass wir das Stück sehr viel länger hatten. Nur leider durfte es auch niemand außer wir sehen, weil das Haus eben phasenweise geschlossen war. Hier auf diesem Stück sieht man nun eben, wie die Gewänder quasi präsentiert worden sind und daneben ist dann immer der Hinweis, welches Textil dargestellt ist und Sie müssen sich das ein bisschen vorstellen, dass es sowas wie einen Vorredner gab, der den Laien, die zugegen waren, erklärt hat, welches Textil Sie jetzt gerade sehen und das war quasi einer der wichtigen Ereignisse. Neben dieser bildlichen Quelle der verschiedenen Haltungsbücher hat sich in der Domkusterei auch einige Rechnungen erhalten, vor allem der Zeitraum 1437, 1439 ist sehr gut dokumentiert und das führt auch dazu, dass wir einzelne Sticker benennen können und auch, ganz wichtig, Stickerinnen. Also es waren nicht nur die Herren hier am Werk, sondern es haben hier auch die Damen mitgewirkt. Das DFG-Forschungsprojekt hatte aber natürlich eine große Frage, nämlich herauszufinden, was macht diese Textilien so beeindruckend, warum und was sind die technischen Details und da muss man sagen, Kunstgeschichte ist ja nichts mehr, was nur, ich schaue das Bild an ist, sondern meine Kollegen hier im Haus werden das bestätigen, wir gehen in die Analyse, wir vernetzen uns und bei dem DFG-Forschungsprojekt war eben Kunsthistoriker vertreten, es waren Sprachwissenschaftler vertreten und vor allem natürlich auch Restauratoren, aber auch chemiefisierte Personen, Physiker, alles, was in das größere Ensemble eines wissenschaftlichen Projektes gehört und diese technischen Details möchte ich zum Vorfeld etwas klären, weil sie dann, wenn wir zu den einzelnen Objekten kommen, einfach ein bisschen mehr davon vielleicht mitnehmen können. Einer der Begriffe, den Sie heute laufen und hören werden, ist der Stoff Samit. Sie haben hier eine Bindungszeichnung, die Frau Sabille Russ angefertigt hat. Sabille Russ ist eine in Bamberg ansässige Textilrestauratorin und bei uns im Haus für die Textilien quasi Dauer beauftragt, also ihr obliegt jede restauratorische Entscheidung und Begutachtung. Das Spannende an diesem Samit ist eben, dass wir quasi zwei Kettfäden-Schusssysteme haben und dementsprechend es zu einem Stoffmuster entsteht in einer gewissen Feinheit. Diese Samitmuster können wir deswegen belegen, weil wir teilweise noch Reste der alten Textilien haben, denn über die Traditierung war es so, dass Substanz weggenommen worden ist und diese Stoffe haben sich in unserer Sammlung auch erhalten. Das heißt, neben den sechs ausgestellten Textilien besitzen wir so einige tausend kleine Stoffstücke, die wir versuchen, den einzelnen Textilien zurückzuordnen und hier auch das große Erfolg des Forschungsteams. Da haben wir einen weiteren Schritt gegangen. Wir haben festgestellt, dass es sich leider im letzten Jahrhundert zugetragen hat, dass man einfach sehr viel dem Sternenmantel zugeschrieben hat, weil er eben den größten Chlorien-Schein hat und da können wir jetzt nach und nach relativieren. Wichtig ist vor allem, wie auf diesem Samit, der der Trägerstoff war, dann gedruckt, wo er gestickt worden ist. Dieses Sticken war nicht ein Sticken, wie wir das vielleicht in der Schule kennen, mit der Nadel quer durch den Stoff, sondern es war eine Anlegetechnik und da wird angelegt ein Goldfaden. Und diese Metallfäden mit Seidenseele sehen Sie jetzt hier in der mikroskopischen Vergrößerung. Also Sie haben im Inneren hier, das ist nun die Seidenseele, bei der wir analysiert haben, welche Farbstoffe verwendet worden sind, welchen Farbton sie haben. Die gängig ist ein Rot, aber wir haben auch weiße Seidenseelen und darüber wird fein eine weitere Struktur gewickelt, ein Blattgold quasi über diese Seele gewickelt wird. Und wenn man sich das so im Mikroskop anschaut, dann kann man sich auch erklären, warum man jetzt keine Nadel genommen hat und mit diesem Faden gestickt hat, denn das hätte unweigerlich natürlich beim Samit dazu geführt, dass es irgendwo zu einem Stoß kommt. Also man kann das schon machen, aber das Material ist ja sehr teuer und dementsprechend hat man dann die Anlegetechnik verwendet. Bedeutet, das, was Sie hier sehen, dieser Metallfaden wird oberflächlich auf die Textilie gelegt und dann kommt die eigentliche Nadel und Faden ins Spiel und stickt darüber und das sind dann die sogenannten Haltefäden. Und auch die Haltefäden sind ausführlich analysiert worden, aber ich möchte mich noch kurz mit diesen Metallfäden auseinandersetzen, weil wir uns natürlich immer fragen müssen, wie kommt dieser Faden um die Seele? Und jetzt fünf Jahre Forschung, alle haben sich viele Gedanken gemacht und leider bis jetzt hat da noch keiner die zündende Idee oder die Erkenntnis. Also wir müssen das ein bisschen relativieren vielleicht. Was Sie hier sehen, sind Fäden, wo Sie 70 Wicklungen auf den Zentimeter haben. Also extrem fein. Ich habe dann nachher für die, die in Präsenz da sind, einen, unser pädagogischen Fäden dabei. Da können Sie sich das kurz anschauen. Das ist modern und das ist, wie die Textilrestauratoren sind, grob motorische Veranlagung und es hat bis jetzt keiner eine Erklärung, wie es gewickelt worden ist. Händisch das so zu drehen, dass es dann auf 70 Fäden kommt und das aber nicht nur willkürlich, sondern gleichmäßig auf mehrere längere Bahnen ist sehr, sehr schwierig. Und das nächste Problem ist natürlich, wie dieses Metall überhaupt so fein produziert werden konnte. Auch hier gibt es verschiedene Theorien, die gehen von, man hat das Metall flachgeschlagen, man hat es gedrückt und dann muss man irgendwie Streifen schneiden und das ist jetzt bei diesem Bild auch wichtig. Sie sehen hier die Kanten. An diesen Kanten gibt es teilweise kleine Wüste und bei diesen Wüsten spricht jetzt viel dafür, dass es doch ein Messer war. Lange ist man davon ausgegangen, dass es quasi irgendwie im Druckverfahren gelöst worden ist. Also es gibt hier sehr viele Theorien. Wir haben jetzt diese tollen Aufnahmen und der nächste Schritt muss eigentlich sein, im Feldversuch quasi nachzustellen, wie schaut das aus, wenn man so eine feine Folie immer wieder schneidet, kriegt man das hin, wo setzt man am besten an mit dem Messer. Diese spektakulären Details haben sich dann natürlich noch weiter herausarbeiten lassen aus dem einfachen Grund, dass wir begonnen haben, die Querschnitte zu schneiden. Wir haben kleine Brummen entnommen und Querschnitte und was Sie jetzt hier sehen, das schaut auf dem ersten Blick etwas sehr futuristisch aus. Was ist es, Sie haben außen den Faden, das ist jetzt, hier sehen Sie es besser, das ist der eigentliche Gold-Metallfaden und im Inneren haben Sie die Seidenseele. Bei der Seidenseele kann man über den Querschnitt erkennen, welche Art von Seide verwendet worden ist, also hier können wir jetzt genauere Detailaussagen machen, aus welcher Region die Seide kommt und wenn man jetzt vorfreudig sagen möchte, na dann ist doch geklärt, wo die Textilie entstanden ist, so ist es natürlich nicht Seide, ist durch ganz Europa gehandelt worden, das heißt nur weil die Seide genau lokalisiert werden kann, muss noch nicht dort die eigentliche Kunsthandlung stattgefunden haben. Aber das zeigt uns eben, dass es unter den verschiedenen Textilien ähnliche Techniken gab, dass wir ähnliches Seidenmaterial in Verwendung haben, aber dennoch haben wir unterschiedliche Stifter, unterschiedliche Auftragsgeber und unterschiedliche Motivationen, woher diese Textilien, für was sie verwendet worden sind. Eine weitere Frage, die schon lange diskutiert worden ist in der Forschung ist, warum es auf unseren Textilien teilweise einen Grauschleier gibt. Nachdem das Goldgehalt, den wir später bei jeder Textilie noch hören, relativ hoch ist, hat man überlegt, warum, also Gold an sich ist ja beschlagsfrei, das oxidiert nicht, deswegen ist es das wertvollste Material, aber immer wieder gab es Stellen, die eben einen Grauschleier entwickelt haben. Bei diesen Stellen sind Proben entnommen worden und hier hat man festgestellt, man hat es mit sogenannten Nürnberger Gold zu tun. Nürnberger Gold bedeutet, dass der eigentliche große Teil des Metalls Silber ist, das ist der blaue Bereich und es liegt darüber nur eine ganz dünne, feine Vergoldung und diese Vergoldungsschicht hat natürlich über die Jahrhunderte quasi nicht genügend Dichte, um die Reaktion des Silbers zu unterbinden. Das heißt, wir kommen hier zu Silberfluid, das heißt, es kommt zu einer chemischen Reaktion und das ist jetzt quasi der Grund, warum einzelne Stellen eben gekraut sind. Damit können wir aber auch sagen, das müssen Stellen sein, die nachträglich ergänzt oder bearbeitet worden sind, denn das Verfahren zum Nürnberger Gold wird das erste Mal erst im 11. Jahrhundert dokumentiert und in Deutschland eigentlich erst im 15. Jahrhundert weiter Verbreitung. Das heißt, die Textilien, die wir ja in die Zerschzeit von Kaiser Heinrich datieren, sind mehrmals überarbeitet worden und eben hier hat man dann am Material ein bisschen gespart, könnte man sagen und deswegen ist es zu diesem Nürnberger Gold gekommen. Wichtig war im Forschungsprojekt für die Restauratoren auch zu suchen, ob es irgendwo noch Vorzeichnungen gibt, die einen Anhaltepunkt liefern, wie das Verfahren des Stickens vorgegangen ist und diese Vorzeichnungen, die können Sie jetzt hier in der Vergrößerung sehen. Das war relativ eine große Spurensuche. Die Spurensuche heißt nämlich hin und wieder, dass ein kleiner weißer Punkt hier die Vorzeichnung ist oder man hat auch gelbe Vorzeichnungen gefunden. Da waren viele Leute, haben sich gesagt, könnte das jetzt nochmal Indigo zu tun haben, aber wir haben es hier mit Auri-Pigment zu tun. Die Damen und Herren unter Ihnen, die chemisch versiert sind, haben jetzt wahrscheinlich einen kurzen Schüttler bekommen. Das ist hochgiftig und krebserregend. Also das war dann auch der Moment, wo die Restauratoren schlagartig mal innegehalten haben und man sich dann wieder überlegen muss, wie geht man mit dieser neuen Problematik um, dass eine Textilie vielleicht mit etwas belastet ist, das für den Menschen schädlich ist. Diese Vorzeichnungen haben sich auf verschiedenen Stellen und auf allen Gewänden erhalten, aber umgeben eben einen kleinen Hinweis, wie der ursprüngliche Prozess war. Die Schwierigkeit ist natürlich über die ganzen Jahrhunderte, ist das Textil mehrmals bearbeitet worden und dementsprechend finden sich die Vorzeichnungen nicht so flächendeckend, um Aussage zu treffen. Wir können auch nur sagen, bei der Vorzeichnungen sind Kreide in Verwendung, aber man hat auch Pasten mit verschiedenen Substanzen verwendet, also Knochenmehl und dergleichen. Das dürfte in der Hand des Stickers gelegen sein, welche Technik er verwendet hat. Im genauen Detailaufnahmen kann man jetzt nämlich auch sehen, dass es unterschiedliche Farbstoffe und Unterträgermaterialien nebeneinander gibt, weil es hier wirklich eben zu einer Epochenübergreifung gab. Man hat etwas ergänzt, man hat dazu gestickt und das in so einer feinen Manier, dass sich jetzt erst im genauen Detailuntersuchungen zeigt, was ist in welches Jahrhundert zu datieren. So ein paar Vorbemerkungen von meiner Seite und jetzt schauen wir uns doch die bekannteste Textilie an. Der Sternenmantel ist mit einer Höhe von 142 Zentimetern durchaus brisant und wenn man das als Schulter legt, also auch eine durchaus große Länge für einen Umhang und der Umfang sind immerhin fast fünf Meter. Jetzt können Sie delitivieren, wie groß unser Ausstellungssaal ist, wenn alle sechs in einem Raum stehen können. Das Objekt in aller Kürze heißt, wir sind in der Zeit von Kaiser Heinrich II. wohl zwischen 1014 und 1024. Wir haben eben diesen Samit mit der Doppelschuss. Aus Byzanz, mit Vergleichen ist es natürlich in diesen Epochen etwas schwierig und der Farbstoff für Schussmaterial ist jetzt Krab oder Indigo. Die Goldstickereien in der Anlegetechnik sind ebenfalls in die Zeit von Heinrich zu datieren und wir haben hier einen Goldland mit 93 bis 97 Prozent Gold, also sehr, sehr hoher Gehalt und nur ein 1 bis 2 Prozent Silber und dann natürlich noch das übliche und meist verbreitete oder anzutreffende Kupfer. Die Seitenseele bei diesem Mantel ist jetzt eben weiß mit dezenten Rottönen und die Vorzeichnung wäre Bleiweiß und eben Bindemittel für die Vorzeichnung ein Protein und ein Öl. Die Übertragung hat eben, und das sind jetzt diese Rechnungen, die ich vorangestellt habe, erst im 15. Jahrhundert stattgefunden und den Namen, den hat das Objekt, weil es immerhin 35 achteckige Sterne auf diesem Mantel gibt. Wenn man ins Detail geht, dann ergibt sich für die Forschung eine solche Übersicht. Die Kollegen haben sich darauf geeinigt, jeden Stern mit einer Nummer zu versehen und das wird auch in allen Publikationen jetzt einheitlich verwendet. Das Forschungsprojekt darf sich nämlich rühmen, nicht nur eine Publikation prädestitieren zu dürfen, sondern es sind insgesamt drei, die eigentliche Publikation unseres Hauses, die zur Ausstellung gedacht war, aber natürlich als weiterführende Literatur zu verwenden ist. Dann gibt es von Frau Tanja Kowagner eine Publikation, die sich vor allem mit den Schriften, mit den Textdarstellungen beschäftigt und von Sabile Ruz und in Kooperation mit dem Labor Trevello erscheint bald auch eine Publikation, die sich dann wirklich nur noch den technischen Aspekten widmet. Das heißt, es ist hier eine sehr dichte Datenlage da, aber wir haben immer noch Daten, wo wir sagen, da können wir keine Entscheidung dazu treffen. Diese kleine Anekdote werde ich Ihnen aber erst später berichten. Jetzt widmen wir uns mal kurz der Darstellung. Wir haben eben im zentralen Feld eine Büste, dann kommen es zu Figuren, Sternbilder und ganz wichtig ist natürlich auch die Inschriften, die an diesem Textil sind. Die befinden sich einmal hier, also am Saum und hier und auch auf dieser Seite. Wenn man die Inschriften anschaut, dann weiß man auch, warum es so eine Diskussion gab, wann ist diese Textilie entstanden und man muss verstehen, diese Textilie ist durchaus Propagandaobjekt gewesen. Es war versucht und es wurde immer wieder versucht, sie quasi als Legitimation für den Herrscher zu bringen. Das deutsche Kaisertum hat hier durchaus mitgewirkt. Wilhelm II. hat sich auf einem Glasfenster mit dem Sternenmantel darstellen lassen. Das hat damals wohl in Bamberg für Irritation gesorgt, protestantische Herrscher. Aber ja, wenn ein Glasfenster produziert ist, dann ist es so und damit muss auch dann umgegangen werden. Wenn wir uns den Inschriften widmen, eben diese Inschrift zu Heinrich, die sagt, Zier der Europas, glücklicher Kaiser Heinrich, dir vermehre dein Reich, der König, der in Ewigkeit herrscht. Das ist jetzt dieses äußere Spruchband hier und hier war die sprachwissenschaftliche Untersuchung von Frau Kovagner von Wichtigkeit. Denn wenn man das auf Lateinisch sagt und um einen Kehrvers zu haben, einen Hexervers, dann muss man das Heinrich mit H, also Henrico sagen. Und damit muss man sagen, der oder die Schriftverfasserin hat offensichtlich eher in den nördlichen Bereichen Europas gewirkt und nicht in Italien, wo man das H im Allgemeinen nicht ausgesprochen hat, so wie es ja heute in der italienischen Sprache auch ist. Also hier ein Hinweis darauf, dass dieser Mantel mit Heinrich in Verbindung zu setzen ist. Dennoch ist Heinrich nicht der Stifter laut den Inschriften, denn die nächste Inschrift sagt Frieder den Ismail, der dies angeordnet hat. Klarer kann doch ein Stiftungshinweis nicht sein. Nein, Ismail von Bari ist auch historisch dokumentiert. Er hat Kaiser Heinrich auch um Truppenunterstützung in Italien gebeten und war 1920, als Benedikt VIII, der Papst in Bamberg anwesend war, auch zugegen. Das heißt, wir hätten hier quasi sogar einen ganz guten Termin, wo man sagen kann, da hat diese Textilie quasi als diplomatisches Geschenk dem Besitzer gewechselt. Das war auch lange in der Forschung so angegeben. Wir müssen uns nachher aber über diese Inschrift noch unterhalten. Die dritte Inschrift ist jetzt die, die klar macht, dass es aber egal, wer es gestiftet hat, doch einen Bezug zum höheren Wesen gibt. Denn dieses Geschenk des Kaisers soll angenommen werden. Das heißt, in der jetzigen Überlegung könnte es sein, dass Ismail von Bari sehr wohl die Textilie an Kaiser Heinrich übergeben hat, der sie dann allerdings eben Gott weiter geschenkt hat, womit dieses Objekt als diplomatisches Geschenk quasi zur Kirche hinzukommt. Wenn man aber die Inschriften genau analysiert, und das geht nun eben mit modernen Techniken sehr gut, dann hat man hier dieses Wort Ordenavit, also angeordnet. Und das Wort erscheint schon etwas eigenartig. Schauen Sie sich mal das V gut an, das U. Und da war schon immer so ein bisschen skeptisch. Und jetzt genauer ist die Aufnahme, auch ganz groß vergrößert mit der Kamera von Frau Sibylle Russ. Da merkt man, diese Buchstaben können und waren ursprünglich nicht so. Das V ist quasi ein Zusammenstückeln von zwei Linien. Denn Sie haben hier ganz klar einen Verbindungspunkt. Also das ist ein Teil und hier haben Sie den zweiten Teil. Und das hier, das sind die Anstiegsfäden, also das ist die Halterung für die Neuweise. Und hier diese Kante ergibt sich eben, weil man versucht hat, es zusammenzusetzen. Aber nobody is perfect und moderne Technik ist sehr genau. Also nun die Erkenntnis, dass dieser Buchstabe so nicht stimmt. Anders ist es auch beim I. Hier, da steht nämlich schlichtweg auf dem Kopf. Und da ist es so, dass wir jedes einzelne Buchstaben analysieren, bei jedem Buchstaben die Kettrichtung dokumentieren und dann schauen, ob wir auf der Rückseite einen Anhaltepunkt finden, der uns vielleicht vom ursprünglichen Träger schon von der Kettrichtung sagt und so eben feststellen, dass diese Buchstaben immer wieder versetzt worden sind. Aber das heißt ja nicht, dass die ursprüngliche Inschrift nicht die gleiche war. Das ist nur, dass sie auf jeden Fall nicht die Originalzustand hat. Das sind die Details zu den Schriften, aber wir haben ja auch die Sternbilder. Die Sternbilder, keine Sorge, ich werde Ihnen nicht alle 35 vorbeten. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass es dieses Textil eigentlich sehr astronomisch genau ist. Also wir haben auch Quellen, die belegen, was damals der Stand war der Wissenschaft, welche Sternzeichen man gekannt hat. Und es gab damals nicht nur die Sternzeichen, die uns heute so vertraut sind, sondern es gab eben auch noch weitere Sternbilder. Eines dazu ist zum Beispiel dieses Dreieck. Dieses Dreieck zeige ich deswegen, weil hier der Laie, wenn er die Textilie sieht, sich immer denkt, ach, das ist vom Sternenrahmen irgendwie eine Ecke. Da ist was weggeschnitten worden. Das ist aber wirklich eben ein astronomisches Symbol. Und wenn Sie oben diese Grafik sehen, dann sehen Sie, das Stern am Sternenmantel ist nicht einfach ein Achteck, sondern es sind eigentlich zwei Quadrate, die sich ineinander verschränken. Und so wird der Stern gebildet. Dann zukommen dann Sternbilder wie die Hydra oder der Sirus, die einfach nicht in Sternen waren, wo wir sagen, die sind frei auf der Textilie, also auch auf dem Originalträgerstoff angebracht worden. Diese Sternbilder sind dann um Text ergänzt worden. Und hier eben jetzt Heilige Maria, ruhmreicher Meerestern. Und wieder hier, warum ist die Sprachwissenschaft wichtig? Dieses ruhmreicher Meerestern, also Stella Maris, das kommt erst wieder im 15. Jahrhundert auf. Wir haben keine Textquelle, wo dieser Vers vorher verwendet worden ist. Also Frau Kowagner hat hier wirklich eine grandiose Leistung vollbracht, um zu viel Literatur gewälzt. Aber es schaut so aus, dass diese Stickerei, also dann eben beeinflusst in einem späteren Jahrhundert dazukam. Was man mit offenem Auge sieht, ist nicht immer das, was da ist. Manchmal ist es weitaus mehr. Deswegen haben wir die Textilien auch ins UV-Licht gebracht. Und jetzt kommt eine Schwierigkeit, die man bei kleinformatigen Objekten nicht so sehr hat. Wir können unsere Textilien eigentlich nicht außer Haus geben. Also das heißt, bei uns wird jede Restaurierung, jede Begutachtung wirklich vor Ort an Schließtagen oder wie es beim Forschungsprojekt wird, halt dann vor den Besuchern, nach den Besuchern oder einfach mal der Raum geschlossen, um zu arbeiten. Und hier bei dem UV-Licht hat sich dann gezeigt, dass es einige Details gibt, die, wenn man nur auf die Textilien einfach hin fotografiert, nicht gleich ins Auge springen. Sie sehen ja einige weiße Flächen. Die Flächen sind die Konturfäden der Übertragung. Aber in der Stickerei selber beim Zwilling sieht man hier einen Bauchnabel und das hier könnte der Rest oder die Anlehnung an einen Lendenschutz sein. Das heißt, die waren wahrscheinlich bekleidet und hat sich über den Jahrhunderten halt wieder abgeglichen. Also deswegen auch UV-Licht von großer Wichtigkeit. Die Stickerei selber verändert sich auch. Wir haben bei Cassiopeia zum Beispiel den Goldfaden, aber man verwendet dann auch bunte Seidenfäden, also die Haltefäden so, um Struktur hineinzubringen. Das heißt, es ist nicht plan eine Fläche, sondern es wird mit Akzenten gearbeitet. Es wird versucht, wirklich das Objekt zu gestalten. Und da sind die Sticker sehr, sehr kreativ. Nicht nur Linienkonturen, sondern ganze Muster kommen zu Vorschein. Also hier ist es quasi, der Goldfaden wird fixiert und der Haltefaden wird aber immer so gesetzt, dass es kleine rote Quadrate ergibt. Und so entsteht eine flächige Mustergestaltung. Zur astronomischen Genauigkeit noch. Wir haben am Sternenmantel auch nördliche und südliche Himmelssphäre dargestellt. Und die Sternzeichen, die Sie hier abfolge sehen, Schütze und dergleichen, die entsprechen wirklich dem, was wir heute noch bei der Nord- und Südhalbkugel als Sternbilder unterteilen. Also man könnte hier durchaus auch sagen, als nächstes befragen wir einen Astronomen, ob wir aufgrund der Konzeption ein bisschen verorten können, wo die Textilie entstanden ist. Die Medaillons, die sich dazwischen finden, neben den Sternen, da kann der Heiligen Himmel sein, da könnte auch die Weisen sein. Jeder ist einzeln gestaltet. Es gibt zwei Muster in der Borte, die sehr aufgängig sind. Aber auch hier eben jedes Detail und das ist natürlich eine unglaubliche Bildfülle. Das heißt eigentlich, wenn wir sagen, wir haben sechs Textilien, dann ist das schon wahr, aber wir könnten genauso gut sagen, wir haben ungefähr 200 Bildelemente. Also eigentlich ist jeder dieser Mantel für sich eine kleine Galerie. Nun aber zu einem Mantel, dessen Form viel diskutiert wird, so quasi ein bisschen Erholung für die Augen in einem kurzen Moment, die Bamberger Rationale 1,20 Meter, also nicht ganz so groß wie der Sternenmantel und der Umfang ist auch etwas kleiner und diese Rationale ist viel diskutiert. In der Kürze wieder, wir wissen, wie der Originalträgerstoff war, wir wissen auch, dass die Reparaturen sehr häufig waren, denn hier wissen wir zum Beispiel, dass Andreas Spieß involviert war, der war 1450, ist dokumentiert mit einer Rechnung. Was natürlich wichtig ist zu klären, ist, was ist denn eine Rationale, wie entsteht sie? Ich habe zwei Begriffe einfach einmal herausgenommen. Das eine ist die Glockenkassel, das ist dieses blaue Trägergewand, das würden wir in der Textilkunde als Glockenkassel bezeichnen, aber wir haben ja auch das Wort Rationale in Verwenderung. Die Rationale ist ein liturgischer Schulterschmuck eines katholischen Bischofs, der nach Vorbild eines Brustschilds des israelischen Hohen Priesters verwendet wird. So hat das Duden definiert. Und in fast allen Diözesen ist es auch so, dass man genau weiß, wann diese Rationalen verwendet und getragen worden sind. In Bamberg ist das seit den 90er Jahren dokumentiert worden. Die damalige Interimsmissleitung des Diözesanmuseums hat quasi den Kalender genauestens bearbeitet und wir können sagen, es sind die Hochfeste, die für die Diözese von großer Bedeutung sind. Und mit 1390 kommt auch noch Fronleichnam dazu. Und da kann ich vielleicht einen kleinen Hinweis machen. Wenn Sie nach Bamberg kommen, sich die Textilien anschauen wollen, machen Sie es bitte Fronleichnam gerne, aber dann erst am Nachmittag, denn am Vormittag wird bei uns aus dem Museum Kunstobjekte bei der Prozession verwendet. Da sind wir geschlossen. Unter anderem das zweite Highlight, nicht Textil, aber durchaus zu erwähnen, ein 600 Kilo schweres Domkreuz. Wer trägt die Rationale? Duden schreibt, es trägt der Bischof. Die Forschung hat ergeben, die älteste Rationale weltweit, eben die Bamberger, ist nicht nur vom Bischof getragen worden, sondern jeweils vom Priester, der an dem Tag zelebriert hat. Und das wurde in einem Rat festgelegt. Also das war kein freies Wählen, keine Bestimmung. Und dazu kommt, dass der Bamberger Bischof seit 1053 bereits das Palium trägt. Sie haben hier eine neue Abbildung unseres Erstbischofs Ludwig Schick. Dennoch, wir können sagen, die Rationale muss schon 1430 nicht mehr nur Schulterschmuck gewesen sein, denn hier in der Quelle steht schwarze Seidenkassel mit einem Rational. Das heißt, spätestens zu diesem Zeitpunkt hat sich die Stickerei, das Schultermuster, mit einem Trägerstoff verbunden. Und auch hier, wie schon wahrscheinlich von Ihnen befürchtet, jedes Element ist mit einem Schriftwand besehen, jedes erklärt uns ein Detail, aber wir fokussieren uns auf die Veränderungen. Wenn man nämlich die Apostel anschaut, einerseits Petrus, Jakobus und Thomas, dann sieht man, es sind ursprünglich Büsten, die sogar beschriftet sind. Also hier, genau, die Inschriften, aber da in der Vergrößerung sieht man es sehr schnell. Im Original braucht man immer so einen kleinen Hinweis. Merkt man, das Letzte ist ergänzt worden und verlängert. Das heißt, hier wurde umgearbeitet in der Dimension. Da gibt es jetzt Überlegungen, aus welcher Textilier könnte diese Borte kommen. Also wir müssen immer, wenn wir neue Funde haben, auch überlegen, wie kam es dazu, wo kam es zur Veränderung. Historisch gesehen ist die Rationale eben die älteste Erhaltene, aber sie ist auch spannend, weil sie den Zeitgeist des damaligen Jahrhunderts durchaus darstellt. Was Sie hier sehen, ist ein bisschen schwierig zu erkennen, aber das ist das apokalyptische Lamm Gottes, das hier steht. Und hier unten haben Sie das Buch mit den sieben Siegeln und das Lamm schlägt diese sieben Siegeln auf. Wir sind also in der Offenbarung. Und es wird auch beschrieben, hier sind das, was der Kopf, das sind so diese Hörner, die sind die Hinweise. Das heißt, wir haben eine Darstellung des apokalyptischen Lammes in Bamberg und aus der Buchmalerei wissen wir, in Bamberg gibt es ja ebenfalls ein Buch mit der Apokalypse, die ist ja die Bamberger Apokalypse, die eben zeitgleich ist, das heißt, auch mit Heinrich in Verbindung gebracht wird. Auf den Schultermedaillons kommt es jetzt zu dem, was wichtig ist, Gerechtigkeit und Friede und Barmherzigkeit und Wahrheit und gibt dann schon so ein bisschen einen Hinweis, wie denn ein Geistlicher, der diese Würde hat, auch fungieren soll. Das heißt, dieses Element kann man in verschiedenen Ebenen im Kontext setzen. Die Vorderseite zeigt nun sehr klar, woher kommen die Ergänzungen. Die Ergänzungen haben nicht nur verlängert, sondern wir haben auch hier Anlegungen eines Kreuzes und oben ist der Kragen und hier ist eine spätere Ergänzung, weil eben der Granatblau weg war. Wenn man diese Vorderseite genau analysiert, dann erkennt man, man hat es mit einer Naht zu tun. Die läuft hier am Christus vorbei, hinunter zwischen Maria und Magdalena und links und rechts haben sie noch zwei Heilige, die jeweils präsentieren einmal, wie man zu Gott kommt, mit Martyrium und mit Nächstenliebe. Also ein Objekt, hochpräsant und sicher noch für die Forschung sehr viel. Es gibt hier gegenwärtig unter den Kollegen eine Diskussion, ob es auch mal eine rote Bamberger rationale gibt, diese Details, da verweise ich dann auf die Literatur, sonst wird das heute ein sehr, sehr langer Abend. Das weitere Objekt in der Sammlung ist jetzt der Reitermantel und dieser Reitermantel hat viel, weil er auch so ein bisschen die Thematik der Multikultor mit sich bringt. Größe ähnlich, Umfang etwas größer und in der Kürze hier hat wieder Kaiser Heinrich, aber jetzt etwas früher wie die anderen Objekte und der Goldgehalt ist nicht mehr so ausgeprägt, also da sind wir jetzt bei 94%, also wir haben 3% an Goldqualität verloren. Dafür steigt der Kupfergehalt und ganz wichtig ist, hier ist jetzt eben diese Vorzeichnung mit Auropigment. Da war die Wissenschaft und ist die Wissenschaft stark gefordert. Das Gewand der Übertragung von 1952, das ist jetzt eben ein Baumwollsemit, das heißt, wir verlassen die Seide und kommen auf ein anderes Trägermaterial. Beim Reiter den Kaiser ist es so, dass wir quasi schon einen ikonografischen Hinweis darauf kriegen, dass hier Europa und Byzanz sich treffen, das sehen Sie an der Krone ganz klar. Sie haben die Falkenjagd, die auch im arabischen Raum wichtig war, aber noch spektakulärer wie das, was hier geschieht, nämlich ein Herrscher, der über Thorsen reitert. Also hier unten, das sind die Gefallenen der Schlacht, der quasi seine Macht demonstriert und ein Löwe hier vorne, der sich verbeugt, stark überstreckt, hat sich eine Inschrift erhalten und diese Inschrift ist jetzt eben auch bearbeitet worden, die ist im Samitgewebe erhalten und da steht die Herrschaft gebührt Gott, Danke und Segen und das steht nicht auf Latein, schon gar nicht auf Deutsch, sondern steht in Kufi, also einer arabischen Alphabetsform. Das heißt, wir haben eine Textilie im Kontext mit einem römisch-katholischen heiligen Kaiser, die eindeutig mit dem arabischen Raum zu verweben ist und insofern ist hier die große Aufgabe jetzt diese Objekte in der Sammlung und auch alle anderen Sammlungen zu Objekte, die arabische Inschriften haben, genauer zu definieren und zu bearbeiten. Gut, jetzt habe ich viele Objekte zu Kaiser Heinrich gebracht, aber wir haben ja auch eine Kaiserin, die heilig gesprochen ist, die heilige Kunigunde und dieses ist nun eine der Textilien, die mit ihr in Verbindung gebracht wird. Die weiße Kunigundenmantel ist sehr, sehr lang, 1,47 Meter und auch sehr groß, mit einem beachtlichen Umfang von 5,5 Meter. Diese Textilie hat sehr, sehr viele Umarbeitungen erlebt, hat vom Goldgehalt jetzt wieder einen sehr hohen, nämlich 96 Prozent und was hier wichtig ist, ist, dass sie eben auch ein Name erhalten ist. Jörg Spieß ist gezahlt worden, wir können auch hier den Sticker festhalten, die Technik ist etwas anderes wie bei den anderen, das erkennt man jetzt ganz gut, denn hier wird quasi die Kontur nicht nur mit dem Bindefaden präsentiert, sondern es kommt wirklich auch zu einer Kontur mit Goldfäden. Zu Beginn des Forschungsprojekts sind wir davon ausgegangen, dass alle Kaiser gleich ausschauen. Jetzt haben wir festgestellt, jedes einzelne dieser Darstellungsebleme ist etwas anders, also das Gesicht ist anders, die Füße sind anders, also es gibt eine Art Mimik. Außerdem sehen Sie hier angeschnitten Schriftriegel. Diese Schriftriegel sind wie die Textiliendarstellung des Kaisers selbst stark versetzt worden, deswegen zeige ich Ihnen jetzt mal das Trägergewand, das bei der Restaurierung in München 1956 abgenommen worden ist, dann sehen Sie nämlich die Anordnung, ist ganz anders wie die, die ich vorher auf der Textilie gezeigt habe. Wir haben es hier quasi mit zwei Parallellinien zu tun und dann einer radialen Ausrichtung, während sie jetzt alle parallel nebeneinander sind und wir können aus dem Trägerstoff erahnen, dass sich das Schriftband wahrscheinlich unter dem Kaiser befunden hat, die Überlegungen gehen aber so weit, dass auch das natürlich nicht der Originalstoff ist, das heißt, es könnte auch sein, dass es sich ursprünglich um ein quadratisches Tuch gehandelt hat. Die Mäntel oder die Textilien mit Kunigunde im Kontext sind auch die, die am stärksten bearbeitet worden sind, aber jetzt haben wir eine Textilie, die ist spannend, weil zuerst steht, sie gehört dem Kaiser, dann gehört sie der Kaiserin und am Ende weiß man eigentlich gar nicht mehr, was ist jetzt hier wie gedacht und wie gewesen. So schaut sie jetzt aus, nachdem sie in den 1950er-Jahren bearbeitet worden ist und wenn Sie hier die Reparatur und Restaurierungen anschauen, dann merken Sie, da geht es Schlag auf Schlag und hier hat man sehr, sehr viel verändert, auch die Form selbst und vor allem im 18. Jahrhundert beim Futterstoff, das Leinenfutter in der Sammlung ist nicht ausgestellt, für uns aber hoch wichtig und weil wir es immer wieder bearbeiten, wir haben hier Hinweise auf Venedig von der Textilgeschichte her, wir haben in diesen Florten Rahlen den Mast und bei allen hat sich diese Kragenform hier erhalten, wo wir bis heute keine Vergleichsbeispiele kennen, woher sie kommen. Es gibt viele Gewänder, die ähnlich sind, aber nicht gleich. Was auch vorkommt, ist das Muster des Greifs, das Sie hier sehen und da ist es so, dass auf dem Foto noch Reste der Perlenstickerei zu sehen sind. Das heißt, wir haben hier nicht mehr die klassische Anlegetechnik, aber Sie haben Perlenstickerei und diese Perlenbohrungen sind sehr, sehr filigran. Bei anderen Objekten ist es bekannt, dass sich Restauratoren gerne Nadeln aus der Augenchirurgie ausborgen, um da überhaupt durchzukommen mit ihren Fäden, aber natürlich sind die Perlen sehr, sehr brechlich in diesem Feinheit und wenn wir jetzt die Rechnungsbücher und das Doms anschauen, dann merken wir, wir haben eine hohe Einkunftsquelle, denn es hat sich eingebürgert, dass dieses Textil Frauen, die schwanger waren, zur Verfügung gestellt worden ist, gezeigt worden ist. Wie weit das ging, ob Sie das, wie es gerne in der Populärer Literatur heißt, angezogen haben, das bezweifeln wir ein bisschen, aber auf jeden Fall ist es quasi wirklich eine Berührungsreliquie geworden und dementsprechend sind die Perlen jetzt sehr stark dezimiert, aber jede Dame, die eben die Reliquie sehen wollte, musste einen Oberlus leisten. Der spektakulärste Kunigundenmantel ist mit Sicherheit der blaue Kunigundenmantel. Wir haben hier eine sehr hohe Anzahl an Medaillons, 56 Stück, Herrschaftszeit Heinrichs und jetzt grenzen wir es ein bisschen stärker ein aufgrund der verschiedenen textilen Hinweise, wir sind wahrscheinlich im 1012 und Farbe ist wieder Krabb und Indigo und die Stickerei wird um 1014 datiert, das hat mit den verschiedenen Aspekten, die eben dokumentiert sind zu tun, dass wir sagen, okay, das ist erst in dem zweiten Zehntel entstanden. Spannend bei dieser Textilie ist vor allem jetzt die Übertragung, die eben auch über die Rechnungsbücher dokumentiert worden ist durch Dorothea Behemie und Sie sehen schon, die Dame hat zwei Jahre übertragen. Übertragen bedeutet, dass man jedes einzelne dieser Elemente, das Sie hier wieder in unserem Nummernsystem sehen, fein ausschneidet und zwar wirklich so fein, wie es nur geht, hart an der Kante, gerade so, dass man die Stickerei nicht beschädigt und dann auf einen neuen Trägerstoff setzt. Wenn wir nochmal kurz zurückgehen, dann sehen Sie hier im Trägerstoff aber Linien. Man hat nämlich in Frankfurt Stoff bestellt und damals war das Längenmaß unterschiedlich und dementsprechend ist der Stickerin während ihrer Tätigkeit der Stoff ausgegangen, was schlecht ist bei einer solchen Textilie und es hat sich auch der Umfang etwas verändert, man hat deswegen hier unten die Medaillons gekappt und weil dann die Borte auch noch zu wenig war, kann man ganz gut sehen, dass es zu einer Dehnung kommt, also das Muster wird quasi überstreckt und gelenkt hier, um den ganzen Saum damit zu schmücken. Das sind die kleinen Beobachtungsdetails, die jetzt eben große Fragen aufwerfen. Wichtig ist vor allem die Darstellungen hier, wir haben es jetzt mit mehreren Bilderzyklen zu tun, wir fokussieren uns auf den Petrus-Zyklus, der sich eben links und rechts zum zentralen Mittelfeld Z befindet, das heißt, räumlich denken, das heißt vorne auf dem Gewand des Priesters, also auf der Vorderseite und hier wird wirklich die ganze Geschichte von Petrus erzählt, es beginnt mit der Tonsur, die göttliche Hand kommt hervor, er bekommt seine Tonsur, deswegen können wir Petrus sichern, aber auf der rechten Seite sehr wichtig ist jetzt eine Darstellung von Nero und Simon Magnus. Simon Magnus vereinfacht gesagt, er behauptet, er kann fliegen, die Heiligen sagen, fliegen ist nicht für den Menschen gedacht, sie beginnen zu beten und deswegen zwei Medaillons weiter kommt nun der Sturz des Simon Magnus und in der Folge wird Pauli also enthauptet, man hat nun den roten Haltefaden verwendet, um etwas Blut darzustellen, aber wir sind in einer Zeit, wo man natürlich sagt, naja, wenn die Heiligen durch den Kaiser Roms getötet werden können, dann wäre ja das quasi der Triumph und der Triumph ist doch bei Christus und bei Gott und deswegen findet sich in einer ganz kleinen Szene, die jetzt eben angeschnitten ist, rechts oben, der Tod von Nero, Nero wird so die Überlieferung ihr irrt im finsteren Wald umher und wird dann von Wölpen zerrissen. Diese Wölfe zerfleischen ihn nun und was man hier sieht, ist eine Veränderung des Übertragungsart, man hat nämlich zuerst mit roten Konturfäden gearbeitet, dann mit weißen, das heißt, diese Ecke war auch so ein bisschen der Versuch der Stickerin, was macht Sinn, was ist am besten, um eben die Darstellung zu präsentieren und besonders brachialisch wird es dann, wenn man die ganz kleine, fast schon nicht mehr erhaltene Medaillon sieht, da sieht man nämlich einen Wolf, der den Fuß des Kaisers wegträgt und damit hätten wir einen der ersten und frühesten Nerozyklen dokumentiert und das ist jetzt die nächste Forschungsaufgabe für uns, wir müssen mal schauen, gibt es einen Nerozyklus, der ähnliches Bild und ähnliches Komponenten mitbringt. Ich habe vorher schon die Nähte gezeigt, wir haben die nun eher dokumentiert und neben den Nähten zeigt sich auch, dass hier mit feinen Mustern gearbeitet wird, die Auferweckung der Tabiat ist jetzt, dass eben sie schon verstorben ist, sie wird erweckt durch Paulus und hier hat man einerseits die Punkte rund, aber eben auch ein Muster für das Bett, für die Decke. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie dokumentiert man diese Einzelnen Muster noch händisch, eine der wichtigsten Methoden, zuerst einmal händisch, das sind jetzt die Gerechten, die sich hinwenden zu Gott, wir haben hier quasi das Gesicht, das mit dann jeder Faden schraffiert und so können wir dann erkennen, okay, in dem und dem Meter laufen die Fäden parallel oder da ist ein großer Unterschied, dann könnte man sagen, es hat sich versetzt. Wenn es dann aufbearbeitet wird, so wird es dann publiziert, dann sieht man auf einem Feld hier Moses mit dem brennenden Dornbusch eben das Original Gold, man sieht aber auch die Träger verändern, man sieht die Reparaturen, also ein Medaillon alleine reicht eigentlich für einen Vortrag und wenn man jetzt nicht auf Sticken werkt klickt, dann erkennt man noch etwas, es geht hier um Advent und Weihnachtszeit vor allem im Mittelfeld und jetzt ein kleiner Hinweis, man kann auch Musikgeschichte mit diesen Textilien beschreiben, denn jedes dieser Medaillon hat ein Spruchband drunter und das sind Antiphone, das sind also Gesänge in der Adventszeit, die wiederum sich auf die dargestellte Stickerei beziehen und wir haben im Rahmen des DFG Forschungsprojekts einen großen Teil dieser Gesänge jetzt einsingen lassen, die O-Antiphonen sind quasi vom 17. Dezember bis 23. Dezember angeordnet und ich habe eine kurze Probe für Sie, es ist natürlich etwas anderes und Sie werden es wahrscheinlich mal schauen, vielleicht gefällt Ihnen die älbliche Musik auch. Dezember Musik Musik Gut, Sie sehen hier unten, dass eine der Schriftquellen für diesen Gesang sich in Wien befindet. Also passt es eigentlich ganz gut, dass Sie das jetzt hören. Und es zeigt auch, wie wichtig Bücher sind. Deswegen sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wenn Sie uns in Bamberg besuchen kommen, wir haben auch andere Thematiken, wir haben auch eine wunderschöne Buchsammlung, unter anderem mit dem Gebetsbuch von Thomas Moore, dem Heiligen aus der Familie, das jetzt nach langen, langen Jahren dann wieder das erste Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Herzlichen Dank und ich freue mich auf Ihre Fragen. Applaus Applaus Applaus